Übrigens, auf meiner Webseite kannst du aktuelle Geschichten lesen und Übungen dazu machen. Besuche meine Webseite www.mygerman-short-stories.com und werde mein Patron. Es ist 10 vor 8 und ich bin wie fast jeden Sonntag auf dem Weg zur Bäckerei. Sie ist 10 Minuten zu Fuß entfernt und öffnet zwar schon um 7.30 Uhr, aber um die Zeit ist die Warteschlange so lang, dass ich jetzt immer später losgehe. Gegen 8 Uhr ist es dort wesentlich leerer. Das Frühstück ist meine liebste Mahlzeit. Zum einen, weil ich morgens am hungrigsten bin, zum anderen, weil das Frühstück so vielseitig sein kann. Süß, fruchtig, würzig, leicht. Der Grund, warum ich so ziemlich jeden Sonntag früh aufstehe, um in die Bäckerei zu gehen, sind aber nicht nur die warmen, frischen, duftenden Brötchen. Ich mag die Ruhe. Es wird gerade erst hell. Die Straßenlaternen leuchten noch. Das wundert mich etwas, denn ich dachte, sie werden erst mal langfristig ausgeschaltet, um Strom zu sparen. Vielleicht passiert das noch. Der Himmel ist klar und die Temperatur ist angenehm warm. Wahrscheinlich zu warm für den Herbst. Die einzigen, die mir hin und wieder entgegenkommen, sind Leute, die ihre Hunde Gassi führen. Davon abgesehen, habe ich den Morgen ganz für mich alleine. So mag ich das. Es ist derart warm, dass ich in meinem dicken Pullover anfange zu schwitzen. Ein T-Shirt hätte völlig ausgereicht. Auch wenn die Temperaturen eher untypisch für den Herbst sind, ist das gelbe Laub auf dem Boden das eindeutigste und typischste Merkmal für die beste Jahreszeit. Nach ca. 10 Minuten bin ich in der Bäckerei. Wie erwartet, ist die anfängliche Warteschlange verschwunden und ich komme direkt dran. Natürlich weiß ich schon, was ich möchte, denn es ist jede Woche das Gleiche. Mittlerweile wissen die Mitarbeiterinnen wahrscheinlich auch, was ich sagen werde, noch bevor ich es ausspreche. Guten Morgen, sieben normale Brötchen bitte. Wenn ich bessere Smalltalk-Fähigkeiten hätte, würde ich sie hier wirklich gerne nutzen. Wie geht's Ihnen heute? Ganz schön warm draußen, oder? Ich hoffe, dass Sie das schöne Wetter später noch genießen können. Mehr als Danke und Tschüss ist aber nie drin. Normale Brötchen sind für mich einfache Weizenbrötchen. Die reichen mir. Daneben gibt es Kürbiskenbrötchen, Roggenbrötchen, Dinkelbrötchen, Käsebrötchen, Sesambrötchen, Mohnbrötchen und noch etliche mehr. Die Auswahl überfordert mich maßlos. Wenn ich mal unterschiedliche Brötchen will, dann sage ich 10 gemischte Brötchen. So muss ich sie nicht alle aufzählen. Die Mitarbeiterin stellt sie selbst zusammen. Ich überlege kurz, ob ich einen Stutenkerl mitnehmen soll. Den Stutenkerl gibt es bei uns nur im Herbst und Winter zu kaufen. Es ist ein süßes Gebäck aus weichem Hefeteig in Form eines Mannes, der eine Pfeife im Mund hat. Seine Form bezieht sich auf einen Bischof. Hier bei uns nennt man ihn zumindest Stutenkerl. Woanders heißt er Klausemann, Hefekerl oder Weckenmann. Heute reichen mir aber meine sieben Brötchen. Nächstes Mal vielleicht. Die Brötchen geben die Wärme an das Papier weiter. Während der Duft das Papier durchdringt, sich in der Luft ausbreitet und meine Nase erreicht. Ich kann es kaum erwarten, sie zu essen. Sie sind immer noch angenehm warm, als ich zu Hause ankomme. Ich lege das Brötchen auf den Teller und schneide es mit dem Messer in zwei Hälften. Dann bestreiche ich sie mit Butter. Die erste Hälfte wird mit Käse belegt und die zweite auch. Momentan mag ich es so. Manchmal schneide ich eine Gurke in gleich große Stücke, bestreue sie mit etwas Salz und Pfeffer und lege sie auf den Käse. Eine Zeit lang mochte ich die Kombination Frischkäse mit Erdbeermarmelade oder Quark mit Erdbeermarmelade, dann Butter mit Schokoladencreme und Butter mit Quittengelee. Manchmal brate ich mir ein Spiegelei und lege ein paar Tomatenscheiben darüber. Den Möglichkeiten sind hier fast keine Grenzen gesetzt. Womit belegst Du Dein Brot oder Brötchen gerne? Zu meinem Käsebrötchen trinke ich morgens meistens eine Tasse Kaffee. Ich nutze zur Zubereitung weder eine herkömmliche Kaffeemaschine noch eine dieser professionellen Barista-Kaffeemaschinen. Mir reicht einfacher Filterkaffee. Dazu brauche ich erstmal eine Tasse. Dann stelle ich den Handfilter auf die Tasse und lege ihn mit einem Papierfilter aus. Dann befülle ich ihn mit ein bis zwei Teelöffeln Kaffeepulver und gieße es anschließend mit heißem Wasser auf. Danach gieße ich die Milch dazu. Viel Milch. Sonntags esse ich meistens ein Frühstücksei. Ich mag es eher flüssig als fest. Nach zwei Minuten ist es fertig gekocht. Ich bestreue es mit etwas Salz und Pfeffer. Das war's. So oder so ähnlich läuft der Sonntagmorgen ab. Also, bis nächste Woche. Tschüss.